Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Russian Fishing 4, da sind wir wieder am Start, die Abendstunden hier legen sich über Skandinavien, aber wir gucken uns heute hier die nächste Montage an, nämlich die Gummimax, die haben wir hier aufrein geschaltet, logischerweise, und die können wir dann als Beifänger fischen, sprich auf zum Beispiel der Pilgmontage, wo wir Beifänger machen können, Meerischigmontage, Filetischigmontage, ich glaube, das war es, oder? Entweder Montage ist was anderes, da können wir uns auch Beifänger dran machen, können wir da Gummimimax dran machen, ja, das ist eine gute Frage, ja, könnte man tatsächlich auch theoretisch auch damit fischen, aber wir wollen ja heute natürlich an der Pilgmontage fischen, sprich wir rüsten einen ganz normalen Pilger aus, noch einen Zusatzhaken hier dran machen, Lokmittel, hier haben wir eine pinke Perle, Trailer, Magen, Pilger, Filet, Filet, machen wir keins, und dann haben wir hier unten die Möglichkeit, drei Beifänger dann zu machen, und da können wir dann natürlich hier mehrere Haken erstmal dran machen, aber hier unten sehen wir dann auch diese Gummimax, jeder erfahrene Norwegenangler, der wird Gummimax natürlich aus dem FF kennen, einfach so Gummischleuchte, die über dem Haken gezogen sind, gerade zur Köhlerangelei zum Beispiel, sehr effektiv, oder auch Rotbarsch, whatever. Gibt es natürlich auch in den verschiedenen Größen im Shop dann logischerweise, die man hier dann kaufen kann, wenn wir hier bei den Gummimax gucken, dann sehen wir hier, fängt bei 6.0 an und geht bis 12.0, also in zweier Schritten mal 6.0, 8.0, 10.0 und 12.0, dann natürlich auch in verschiedenen Farben, entweder einfach gefärbt, wie hier die Gummimax, oder doppelt gefärbt, wie eben hier bei denen, wo die dann noch so eine kleine Schwanzspitze in einer anderen Farbe haben, entweder in weiß oder in rot. Und so, das ist also das Thema heute hier, das heißt, wir machen jetzt dann hier den Verschritt packen wirks dran, wir nehmen hier mal roten, wir nehmen einen grünen und wir nehmen einen gelben und natürlich können wir auch dazu dann passend die Leuchtperlen auswählen, zum Beispiel bei dem roten dann eben rote Leuchtperlen, bei dem grünen hier dann grüne und bei dem gelben hier gelbe, wovon wir nur eine haben, perfekt. Auch eine Waffel orange, wird auch schon gehen. Natürlich auch die Farben hier variieren, muss es nicht dazu passen, ist ein bisschen Geschmackssache. Und dann haben wir hier so eine schöne Montage mit Beifängern, ist ein bisschen dunkel, ich gehe mal hier ins Licht hier, vielleicht sehen wir hier ein bisschen mehr, naja, auch nicht so viel. Aber wir wollen sie auch nicht sehen, denn, ah guck mal hier, hier sehen wir sie ganz gut, ne, da sehen wir jetzt diese Gummimax hier am Haken. Und da möchte ich sagen, starten wir jetzt hier rein ins Abenteuer, rauf aufs Wasser, rauf aufs Meer, ab ins Boot und rauf zu den Fanggründen. Gummimax natürlich, wie gerade schon gesagt, eher so für Schwarmfische heißt, wir sollten am besten einen Schwarm finden. Hier auf dem Echelot ist jetzt ganz schön viel los, deshalb würde ich sagen, können wir hier gleich mal den Köder ablassen. Wir sehen es hier so auf 35 bis 45 Meter, aber da droht noch einiges an Action, da kommt zum Beispiel auch wieder ein Fisch rein, also Abfahrt würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier einen Fisch fangen können mit den Gummimax. Pilgern auch dran, insofern warten wir jetzt hier mal, ob was passiert. Morgenstunden, meist nachts natürlich ein bisschen schwieriger hier mit Fisch fangen, aber ich denke mal, dass wir hier auf jeden Fall dann spätestens, sobald es ein bisschen heller wird, wieder ein paar Bisse kassieren werden. Gummimax einfach so ein Ding auf, was eigentlich immer ganz gut Frequenz bringt, gerade so beim Krillangeln, wie gesagt, oder auch wenn man hier Makrelen am Platz hat und alles mögliche, dann hat man hier immer ganz gute Karten. Wir lassen mal durchstacken bis zum Boden, checken das mal aus, wenn nicht, angeln wir gleich im Mittelwasser. Haben wir gesehen, hier so zwischen 35 und 45 Meter ungefähr, die dauernd schon durchgerauscht sind. Da haben wir gerade auf jeden Fall ein paar Fische vom Echolot gehabt. Also suchen wir uns hier ein Schwärmchen, was wir durchaus erstmal beangeln können. Und dann haben wir auch schon den ersten Fisch dran. Das ging zügig hier nach dem Abstinken, also die Nacht musste man gar nicht abwarten. Und schon kommt hier der erste Fisch wieder nach oben. Mal gucken, ob der auf der Gummimax gebissen hat oder ob der hier auf dem Pika gebissen hat. Aber von der Größe her würde ich fast vermuten, wenn es keine Muschel ist, das ist hier tatsächlich einer, der auf der Gummimax hier eingestiegen ist. 30 Meter können wir im Schnellverfahren nach oben holen. Aber könnte echt eine Muschel sein, oder? Von der Größe her. Bewegt sich auch nicht, keine Reaktion, ist aber noch dran. Dann könnte eigentlich tatsächlich eine Muschel sein, die wir natürlich jetzt hier nicht eigentlich als Zielfisch fangen wollen. Aber wir werden es gleich sehen, 10 Meter. Und dann kommt es. Ne, da hängt was am Beifänger dran, tatsächlich ein kleiner Wittling hier. 727 Gramm, den wir hier haben. Und der natürlich dann auch auf den Beifänger gebissen. Wir sehen es hier auf den 6-0er in 0-1. Das dürfte der Rote sein, wenn ich alles vertue. Ja, genau, das ist auf der Roten gewesen. So kann man natürlich auch die Farben zum Beispiel ein bisschen durchtesten. Weil man halt drei Beifänger dran machen kann, auch ganz praktisch. Wenn man dann hier beim Absicken schon wieder einen Fisch drauf bekommt. Wenn man beim Absicken dann halt schon irgendwelche Fische, oder wenn man generell irgendwelche Fische fängt, dann sieht man, okay, die Wittlinge sind vielleicht eher auf Rot als auf die Gelben. Kann man da vielleicht auch für die anderen Köder ein bisschen Präferenzen erkennen. Und schließt dann hier einen blauen Wittling, den wir gefangen haben. Also ein normaler Wittling und ein blauer Wittling. Und der hat gewissen, auf den grünen, auf den 0-2er, das ist nämlich der grüne. Aber ihr seht hier, die Beifänger, die sind das Einzige hier, was wir eigentlich hier haben wollen. Denn mit denen kann man dann auch deutlich mehr Frequenzen erzielen, als mit dem blanken Pilker. Wenn wir jetzt hier pilken würden, würden es Ewigkeiten dauern. Ewigkeiten aber schon vielleicht länger als mit Beifängern hier. Bis man dann den Bispel kommt. Und mit Beifängern geht es eigentlich relativ zügig, dass wir hier zum Erfolg kommen. Wir können jetzt mal hier gucken, dass wir vielleicht jetzt mal wirklich hier auf 35 Meter stoppen. Und vielleicht mal im Mittelwasser hier pilken und gucken, was da am Haken geht. Ob da auch was beißen möchte, weil auf dem Echolot hatten wir ja zumindest im Mittelwasser ein bisschen Aktivität. Und schon haben wir den nächsten Fisch dran. Aber auch wieder einen richtig kleiner hier. Wir haben natürlich auch eine harte Montage, muss man sagen. Hier mit 200 Kilo, 180 Kilo Vorfach. Dementsprechend werden nämlich hier die kleinen Wittlinge hier, wenn es wieder einer ist, können wir dann blauer Wittling sein, oder? Von der Größe her oder normaler Wittling. Werde mich hier natürlich jetzt nicht so krass triggern. Aber auch ganz geil, dass man hier, ich bin jetzt wieder einfach irgendwo hingefahren. Random irgendwo hingefahren und jetzt fange ich hier auf einmal Wittlinge und blaue Wittlinge. Aber das ist das hier für einer? Nur eine Makrele, eine kleine. Nur Makrele, wie gesagt, fangen wir auch. Alte Montage natürlich schon ganz klar für die Schwarmfische ausgelegt. Ich bin jetzt hier so ein, er wird auf den Roten gefangen, auf den 0-1er. Gerade sind wir hier. Ich bin jetzt einfach hier hingefahren. Hier hatte ich gerade dann nach der Hafenausfahrt den ersten Fischschwarm gefunden im Mittelwasser. Und tatsächlich können wir dann hier fangen. Wir droppen jetzt wieder auf 30, 35 Meter. Machen das dann genauso. Und gucken mal, was wir dann als nächsten Fische dran kriegen. Ob es wieder eine Makrele ist, Wittling oder ein blauer Wittling. Die sind ja nicht schlecht, denn blaue Wittlinge geben ja auch ganz gut, ganz gut Kohle eigentlich. Also wieder hier schön im Freien Wasser bisschen pilken. Braucht man gar nicht bis zum Boden sacken lassen. Können wir das natürlich auch nochmal machen. Aber eigentlich fängt man mit diesen Gummimax halt in allen Wassertiefen. Die Fische. Wir wissen aber auch schon, dass hier vermeintlich wenig Köhler sein werden. Weil wenn wir hier eine gute Köhlerkonzentration hätten, dann hätten wir die schon auf Gummimax, glaube ich, easy gefangen nach drei Fischen. Mal gucken, vielleicht wird der vierte einer, wenn wir hier gleich den nächsten Fisch kassieren. Diesmal der Fisch ein bisschen größer. Ja, also vielleicht tatsächlich der erste Köhler oder aber eine etwas größere Makrele, die wir jetzt hier haben oder auch wieder ein Wittling. Wir wissen es nicht, denn Gummimax ist, wie gesagt, nicht so selektiv tatsächlich, sondern eher das breite Spektrum der Schwarmfische, was man damit abdeckt. Und in zehn Metern wissen wir auch, was das hier ist für einen Fisch. Denn der wird hier gleich hochkommen. Da unten sehen wir einen schon. Das ist natürlich der Köhler, oder? Ja, tatsächlich. Da haben wir ihn. Den Köhler 2,5 Kilo bringt auf die Waage. Auch den hier gefangen auf den roten Gummimax. Also bisher drei Fische auf rot, eine auf grün. Der war auf grün hier, der blaue Wittling. Da sehen wir schon hier eine leichte Tendenz. So kann man sich natürlich dann die Farben nach und nach durchtesten. Wenn man dann halt eine größere Summe hat an Fischen, kann man natürlich dann sehen, ob vielleicht only rot besser fangen würde oder noch mehr fangen würde. oder selektiv. Wenn wir jetzt wissen, wir haben einen blauen Wittling auf den grünen gefangen. Vielleicht könnten wir jetzt, wenn wir nur grün dran machen würden, mehr blaue Wittlinge fangen und so weiter. So kann man das ein bisschen dann rausfinden und rumtesten. Ich bin jetzt mal bei 30 Meter geblieben. Gar nicht mal so tief absacken lassen. Und gucke jetzt, ob wir hier noch einen fangen. Den wir hier rauspilken können. Und ansonsten fangen wir gleich mal woanders hin, um vielleicht nochmal an einer Stelle zu finden, wo wir ebenfalls noch ein paar Fische fangen können. Ja, ist der nächste Fisch eingestiegen. Ihr habt mal ein bisschen weiter abgelassen zum Boden. Der Mittelwasser hier gerade kurze Pause gehabt. Aber dann lassen wir natürlich durchsacken unten am Boden. Ja, es sollte auf jeden Fall ein Fisch zu finden sein. Und den haben wir gefunden. Und auch der einen Ticken größer wird da. Oh, geht sogar hier. Hallo? Nee, gerade will ich nicht nehmen. Ich will einmal nur den anderen Gang anmachen. Steht sogar gut drin hier. Also könnte hier vielleicht sowas auf dem Pilker sein, oder? Ich weiß nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Vielleicht hat der unten am Boden da einen Lump eingesammelt. Oder einen größeren Köhler. Oder einen Dorsch. Oder was auch immer. Das ist kurz davor, in die Bremse zu gehen. Also ganz klein ist er nicht. Aber auch kein Riese. 30 Meter, die wir noch einkuppeln müssen. Um hier den Fisch an die Oberfläche zu befördern. Um zu gucken, was wir da tatsächlich gehakt haben. Dauert natürlich im Low-Gear ein bisschen länger als im High-Gear. Aber dafür können wir hier konstant durchkohlen, ohne zu viel Kraftanstrengung. Dass unsere Energie zugute kommt. 20 Meter noch. Dann haben wir ihn gleich. Und dann gucken wir, ob wir auch den auf Gummimack gefangen haben. Oder ob der hier tatsächlich auf dem Pilker war. Der ja unten auch noch als Gewicht dranhängt. So. Wir werden es sehen. Das hier ist tatsächlich ein Lump oder so. Ist das Lump auf dem Gummimack? Ja. 8 Kilo Lump. Und es sah so, als wenn er auf dem Gummimack gebissen hätte, oder? Tatsächlich. Ja. Auf den 0-1er. Auch hier. Man kann natürlich auch variieren. Ich habe letztes Mal schon variiert mit den Gummimacks in der Größe. Also wenn man schon den 6-0 an 8-0 an drauf macht. Dann ist die Frequenz auf jeden Fall nicht so hoch wie auf den 6-0 an. Aber dafür ein bisschen selektiver. Ich hatte gleichzeitig einen 8-0 mit dran. Aber auf den gefühlt nur 2 bist du gekommen bei 30 Fischen. Und auf den hier halt den Rest auf den 6-0. Also da auf jeden Fall eine höhere Frequenz. Ich suche mir nochmal einen neuen Spot hier. Einfach mal so random ein bisschen rumfahren. Hier ist jetzt hier im Mittelwasser immer noch eigentlich Fisch vorhanden. Denn der kommt hier gerade rein. Wenn ich jetzt hier weiter fahre, dann sehen wir hier eigentlich ein guter Spot hier. Also wir haben sowohl ganz oben Fische, als auch im Mittelwasser, als auch am Boden. Also eigentlich haben wir hier die kompletten drei Wasserschichten abgedeckt. Von dem herzweck fahren. Aber ich fahre jetzt einfach mal hier Richtung Osten weiter aufs Meer hinauf. Und guck mal, ob wir hier vielleicht was finden in dem Graben hier im Mittelwasser. 37 Meter, ja, 31 Meter. Vielleicht haben wir hier, guck mal hier, hier haben wir doch, sagen wir mal auf 10, 12 Meter. Aber so richtig, richtig gut ist es hier nicht, ne? Denn die Fische hier auf dem Echolot relativ klein. Ich suche mir mal hier noch weiter dem Graben folgen. Vielleicht ein paar bessere Spots. Da kommt ein mittlerer Fisch rein. Oh, hier wird es ein bisschen besser. Also 40 Meter tief ungefähr. Oh, hier, 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 guck mal 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 hier. Da auf 27 bis 42 Meter. Ich hoffe, dass wir da jetzt noch drin sind. Da lassen wir vielleicht mal runter, so auf 35 Meter. Und guck mal, ob wir da auch einen Biss auf die Gummimax kassieren. Und dann können wir da gucken, ob wir da vielleicht sogar hier einen Schwarm gefunden haben, der für uns interessant sein könnte. Schon beim Absinken hier kommt der Biss. Also da mussten wir gar nicht lange warten. Aber irgendwas sehr kleines hier, was hier den Köder genommen hat. Auch vielleicht wieder blauer Wittling oder was anderes. Gucken wir uns das mal an. Denn das hier ist tatsächlich ein blauer Wittling. Ja, da haben wir ihn. 103 Gramm, natürlich nicht so groß. Aber auch der hat wieder auf den Roten diesmal gewissen. Also hier vorher einmal den auf Grün, jetzt auf Rot. Also da kein Unterschied bisher. Aber vielleicht haben wir jetzt hier einen Schwarm von blauem Wittling gefunden. Mit unserer Gummimax Montage. Wir lassen wieder runter, gerade bei 20 Meter gewissen. Wir lassen mal auf 30, 35 runter. Und gucken, ob wir da dann was heranbekommen. 30 Meter erstmal hier pilken. So mal mit starken Pilken diesmal. Gerade habe ich normal gepilgt. Jetzt mal hier ein bisschen variieren und das starke Pilken reinbringen. Um da vielleicht die Fische und mehr Wassersäule vor allen Dingen abzudecken. Auf 40 Meter kommt der Biss. Nochmal kurz ein bisschen abgesackt. Auf 20 Meter, eine Minute kein Biss bekommen. Dann durchgesagt auf 40 und dann weiter gepilgt. Und da kommt er. Das ist aber wahrscheinlich kein blauer Wittling hier, oder? Der ist ein bisschen größer. Können wir dann Köhler sein, der da im Mittelwasser lauert. Aber man weiß es auch nicht. Kann auch alles mögliche andere sein, was wir da am Haken haben. Also schauen wir uns das an. Kommt da hoch. Es ist ein Pollack tatsächlich, den wir diesmal fangen. 1,8 Kilo Pollack, den wir hier auf dem Gummimack haben. Oh, nee, jetzt kommt es den Pilker gebissen. Hier sehen wir. Der erste Fisch hier auf dem Pilker. Nach sechs Fischen haben wir ja den Pilkerbiss kassiert. Lassen wir ihn noch mal absacken. In die Mittelwasserschicht. Und Jignan da wieder. Wir sind aber immer noch hier richtig tief eigentlich. Mit Tief haben wir hier knapp 91 Meter, die wir hier haben. Und da schon beim Absinken. Wir haben dann den nächsten Fisch drauf. Mal gucken, ob er diesmal auf dem Gummimack ist hier. Bei 20, 25 Meter schon wieder eingestiegen, der Gute. Also häufig kommt man auch gar nicht bis nach ganz unten, wenn man hier Beifänger dran hat. Ob man die Schrimps dran hat oder hier die Gummimacks dann eben. Häufig einfach so eine Sache, dass man gar nicht allzu krass nach unten kommt. Diesmal auch wieder einen Pollack. Diesmal ein größerer sogar. Mal gucken. Diesmal auch auf dem Gummimack. Diesmal auf den gelben sogar. Der, glaube ich, vorher hier noch gar keinen Fisch gebracht hat, oder? Die anderen waren alle auf grün und rot. Das ist jetzt hier der erste Fisch, der sich den gelben Gummimack reingehauen hat. Und damit der nächste Fang, den wir da haben. Das ist ja ganz cool, dass man hier wirklich rumfahren kann und sich dann nach dem Echolot die Fische suchen kann. Und hier mit dem Gummimack dann rauszessen kann. Okay, was lebt da für ein Fisch? Was gibt es da? Welche Fische fange ich da? Oder generell mit den Beifängern. Das ist eigentlich ganz cool, dass die einem da die Möglichkeit geben, auch zum Erfolg zu kommen, wenn man jetzt nicht zu den Spots fährt, die eh schon bekannt sind. Wo man eh Fische fängt. Ich hätte natürlich auch hier zum 41er fahren können. Oder keine Ahnung, zum 190er. Oder da weiter pilken können. Aber ich finde es immer ganz cool, wenn man einfach Montage nimmt und dann in anderen Spots fängt. Wir sehen jetzt hier der nächste kleine Fisch wieder dran. Und dann trotzdem sind wir vollkommen. Das ist ja wirklich so nice an dem Gewässer halt durch das Echolot, das man hat, die Schwärme zu suchen, die Fische zu sehen. Und dann rauszufinden, was da unter der Wasseroberfläche genau schwimmt. 10 Meter noch. Dann haben wir hier den nächsten Fisch an der Leine aus dem Wasser geholt. Und das ist wieder ein blauer Wittling. Sehr gut. Also, blaue Wittlinge. Heute hier ganz gut vertreten. Drei Stück haben wir gefangen. Das ist nicht schlecht. Denn die geben natürlich auch gut Kohle mit dem Pollack, natürlich auch mit dem Wittling zusammen. Auch gutes Silber dabei. Das sollte es aber gewesen sein von der Gummimack-Montage. Die werden wir sicherlich immer mal wieder einsetzen, um halt auch die Fische entsprechend zu fangen. Weil die ist auch wirklich ganz gut, um mit Beifängern zu angeln. Ich würde auch mal fürs Zusehen, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.